Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Trine 2 mit Simon sagt LP und meiner Wenigkeit. Hallo! Hallo. Hallo. Ja, in der letzten Folge haben wir hier aufgehört und jetzt machen wir hier weiter. Ab in den Topf. Ich will aber nicht fahren. Was machst du da? Ich will, dass du das Ding wiederstellt. Pst. Wuuu. Yey. Wohoo. Wohoo. Sehr cool. Das ist ein Buch. Hups. Was hast du da gemacht? Ja. Moment. Wie auf verschätzt ist der Topf. Wunder. Wir sehen jetzt einfach mal zu, was Sebron hier so treibt. Oh. Ich geh doch gar nicht so aus. Okay, dann geh ich halt. Ja, essen. Warte mal. Wo's denn? Da bist du. Da bist du. Pflanze. Pflanze. Das sieht ganz komisch aus. Pflanze. Was ist denn das hier? Der Spiegel scheint mir nun nicht zu sein. So, ja. Kannst du bitte einmal auf ihn schießen. Achso, du sollst auf ihn schießen. Auf den Spiegel! Okay. Jawohl. Hui. Voll cool. Aber das war's doch noch nicht, oder? Weil hier sind noch Hebel geworden. Ich hab keine Ahnung. Wo bist du jetzt hin verschwunden? Ich stehe immer noch da. Ich seh dich nicht mehr. Achso, du hast dich unsichtbar gemacht. Ja. Kannst du mir mal helfen? Ich glaube, dass wir die Fähigkeiten legen. Nach links? Hast du nach links? Ja, nach links. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Okay. Jetzt ist die Kugel wieder da. Die Tür ist immer noch offen, oder? Die Tür ist offen. Verdammt! Kannst du die Kiste auf die Kugel stellen? Auf die? Alles klar. Einen Moment. Ah, cool. Läuft. Oh oh. Ah, Spinne! Fui, Spinne! Boah, das ist groß. Igitt! Level-Aufstieg! Wuhu! Ist da irgendwas? Ne. Level-Aufstieg. Oh, ich sitze voll... Wie so ne alte Hexe vom Mikro gerade. So, Mikro kommt näher und ich lass mich mal grad hin. So. Was können wir denn noch so machen? So. Fast. Wette, du findest mich nicht. Oh, wette, ich finde dich nicht. Ich seh doch den Pfeil. Willst du mich veräppeln? Da bist du doch. Hab dich doch gesehen! Na? Boah, cool. Oh, schöner Whirlpool. Bis zum Hals. Haha. Wurde ich mal schießen. Whirlpool? Nein. Bis zum Hals. Aha. Wir wollen endlich ne Blase haben. Jetzt komm schon. Na geht doch. So. Was ist das denn? Wuhu! Ach komm. Da wurdest du runtergeblasen. Oh, Mann! Jetzt aber hier. Go, go! Ich bin einfach gelaufen. Ich hab nicht gesehen, dass ich springen muss. Jetzt aber. Ah! Nein! So ein Scherz! Lass mich durch! Ich bin ein Arzt! Lass mich durch! Ich bin ein Arzt! Ich bin ein Steak! Okay. Lass mich durch! Ich bin ein Steak! Ich bin ein Steak! Okay. Warum auch nicht? So. So. Da kann ich hier machen. Ich bin ein Steak! Ehh! Nyaaauuu. Wohoo! Oops. Trotch geht! Oh, das wäscht es mir. Oh, das wäscht es mir. So. So. Muss man das jetzt verstehen? Ein Rätsel, ein Rätsel. Der Dirk muss das eine so verschieben, dass andere uns hochwirft. So. So. Habt ihr sehen? Mhm. Aha. Die, du bist drüber? Ja. Ich hab's aber nochmal bewegt, also... Ja. Weeeee! Lass sie hier noch auf Portal oder was? Weeeee! Kannst du jetzt dann mal? Ich wollte die Flasche darunter schießen. Aber die Treppe nicht. Okay. Uh! Oh! Oh! Super. Danke. Ich hab dich gedingst! Oh scheiße, jetzt kommen wir wieder mal zurück. Oh oh! Ah! Geh weg! Stirb! Alles gut, alles gut. Ich lebe noch. Warum eigentlich immer diese widerlichen Kobolde? Warum können das nicht eigentlich mal kleine süße Feen sein? Nur Kindergartenkinder. Weißt du, wie gefährlich diese Schratzen sind? Die sind ensgefährlich! Ja klar, die tragen Krankheiten. Die sind voll tödlich. Da schaust du einmal nicht hin und BÄM! Machen sie dich tot. Ja, wie die Pester. Das hast du jetzt gesagt. Wohle die Schreckensratten in der letzten Abfahrt droht. Wohle. 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 Ich hab sie mir einfach gegessen. Also es ist echt ne schöne Inneneinrichtung hier drin, muss man schon sagen. Ja schon. Öko aber hell. Öko. No Öko, no Homo. Kannst du die Kiste da hinten bewegen? Kannst du ne Kiste auf diesem Popper da hinten hochzaubern? Wow. Voll cool. Was ist denn hier? Feuerrad. Oh Gott. Creepy. Ah! Eine heiße Angelegenheit. Ich muss mal schon sagen. Juuuuhu. Jetzt schieße. Meine Güte. Okay. Wohle. Wohle. Nicht die Hinge nicht drüben. Äh, Nuschel mal bitte nicht so ins Mikro, warum verstört dich kaum. Hm. Verzeihung. Ah, jetzt muss ich ja nicht und jene bewegt. Ja, ich muss mehr wie einsteuern. Alles klar. Also wenn den Simon vorher gerade auch nicht so wirklich verstanden hat, der kann ihm gerne mal auf seinen Channel ne... nen Kommentar da lassen, dass er mal ein bisschen deutlicher sprechen soll. Ich weiß nicht, dass er einen Kommentar eindeutig glaubt. Erstmal baden. Oh. Was denn du noch? Es ist noch nicht. Aha. Ich bringe Suppe zum Klocken. Oh. Das sieht voll geil aus. Cool. Hat das irgendwann tieferen Sinn? Ich weiß es nicht, aber es sieht lustig aus. Ah, Blasen! Ich stecke Blasen ab. Oh. Keine Blasen mehr. Na guckt jemand unter den Rock? Huh. Au, 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 au! Oh nein, ich bin tot. Der kommt gleich. Verdammt. So. Aua, 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 aua. Du stehst jetzt in meinem Kopf. Ah, toll. Ah, mein Kopf juckt. Ah. Ah. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Jetzt bin ich tot. Ich bin grad ins Portal gefallen. Und, äh... Somit hätten wir dann auch mal alle drei Helden getötet, liebe Leute. Und das ist sehr schnell. Ah. Ich denke, jetzt laufen wir ins Mikro. Ahhhh. Komm, komm, komm. Da ist ein Hebel, den müssen wir benutzen. Ja, sag an. Komm, 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 komm. Warte, ich mach ne... Die ist kaputt. So, guck mal. Ja. Beeil dich! Ich dachte, dass du die Hebel drückst und das Feuer... Ja, das bringt mir ja nix. Ich bin ja trotzdem verletzt dann. So, hat das jetzt irgendwas gebracht? Oh, das gehört dann. Wow. Ja. Achtung. Das ist nur schlecht. Nur wenn ich... Nur schlecht. Nein! Nein! Wow. Ah, hier, guck mal! Oh, oh. Das hat ja gut gemacht, dass du jetzt den Krieger getötet hast. Da brauchst du einen Krieger hier. Da brauchst du dich. Mich?! Ja. So. Sagakasam! Wuhu! So. Oh, oh mein Gott, was bist du denn? Oh mein Gott, was bist du denn? Aha. Sesam öffne... Oh, warte, das ist Rauch. Kann ich Feuerpfeile machen? Ja. Andere Taste? Ach so, warte. Ich weiß nicht, bist du mit Controller? Nee, mit Maus... Immer noch mit Maus und Tastatur. Na super. Ah, Schatz. Ah. Ach so. So war jetzt schon so weiter. Äh. Ja, mit dir spiel ich mir sowieso manchmal voll wie so ein altes Ehepaar. Aha. Ich will eine andere Kraft benutzen. Oh, mein Ohr juckt. Oder... Ach so, nee, du hast ja den anderen getötet. Hm. Ja.